Nop nop nop, hallo freundlich gepflegten Video-Spielen. Ich bin jetzt wieder in der Hayata-Ausstellung mit Let's Play Pokémon Shiny Gold. Schön, dass ihr wieder eingestellt habt. In der letzten Folge haben wir angezwungen, dass wir Argoni nicht versteckt zu infiltrieren. Lass uns mal kurz die Luft holen. Okay, und jetzt gehen wir weiter. Are you alright? Your Pokémon hurt and tired. Here, give some some of my medicine. Oh, und der ist jetzt ein laufendes Pokémon-Center. Find ich nice. Crystal, let's give it a best for Pokémon. Yay, renn los, du Arschloch. Ich mag dich. Der Sache hat auch seit der Moonwalk gemacht. Der ist einfach nur gerade durch die Gegend geschlittert. Hallo, wer bist du denn? Your rotten little pest. Das verletzt meine nicht vorhanden Gefühle, dass du mich als pest beleidigst. Also... Ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann. Wie wär's, wenn ich dich einfach mal ganz gepflegt umbringe? LARCK! Fahr zur Hölle. Einer tot. Und zwei tot. Muuuuh. Das ist schlecht, du hast es nicht drauf. Du bist ein Noob. Ich lebe sie meine Pokémon eigentlich. Naja, geht. Aqua trainier ich noch ein bisschen und dann... Oh, noch so einer. Meine Güte, dass die das nie aufheben können. Ich meine, wir haben es nicht drauf. Ey, 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 ist doch wohl so übel. Hä? Es dauert zwei Passworte, um in den beiden Quarren zu bekommen. Diese Passworte sind nur von ein paar Röcke. Diese Röcke hat mich sehr dankbar gesagt. Chris, lass uns das. Lass uns die Passworte holen. Ja, und er packt sich immer wieder weg. The guy in the cave is incredibly tough. Jupp, du hattest keine Chance, wenn du ein Verlierer bist. Hallo, du komischer Typ. Er setzt einen Gofegen ein. Und ich mach einfach mal Surfer. Geh dich waschen, du stinkst. Und noch eins. Wow, das war jetzt unglaublich schwer. Und damit den ersten Passwort-Träger. Do I know the password? Maybe. But no Wigglings gonna get it. Und die ist nicht sonderlich stark. Die hat gerade mal einen Ikans, also Rettern. Und ich glaub einen Smogon. Bin mir grad nicht ganz sicher. Könnte auch ein... Ja, ein Dooflor gewesen sein. Oh, jetzt eine fuck starre Spore. Lockdurft. So, weg mit dir. Alright, stop, I'll tell you. Er spricht sie dann nochmal. Ansonsten sagt sie's mir nicht. The password to the boss room is slowpoke tail, but it's useless unless you have two passwords. Um das weiter zu wissen auch, aber ich will erstmal einen Paralyse Heal benutzen für Aqua. Heilung! So, und die Paralyse ist geheilt. Sehr schön. So, jetzt kriegen wir uns mal das Item hier. Protein! So, hier noch irgendwas? Yep! Eisheiler! Und... Du kennst auch noch gegen mich. So, du hast nur Dito, 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 Dito. Lass mal sehen. Na, der darf wahrscheinlich nicht gleichzeitig angreifen, oder? Nee. Oh, okay. Gut. Einverstanden. So kann man's auch machen. Der hat ein Passwort. Oh, 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 uh, oh, you're challenging me to a battle. You're nuts, but you have guts, I like that! I can beat but I pass to the boss room. Der ist auch relativ einfach. Der setzt nur ein Radikal ein, also klatschen wir einen Server drauf und der ist weg. Level 33. Exzellent. Boah, das geht voll in Halses Geräusch. The Platz war to the boss room. Äh, I think it's ready, say tale. Und Full Heel. Sehr schön. Und da drin ist Daira-Hit. Was auch immer das nochmal genau ist, ich kann's bestimmt brauchen. So, dann tauschen wir mal aus. Jetzt hat nicht Aqua schon ein bisschen trainiert. Jetzt hätte ich gern Mio dabei. Ah, speed mir ein bisschen ab. Der Weg ist nämlich teilweise mehr viel zu lang. Ah, hier gibt's glaube ich auch noch was versteckt, oder? Irgendwo? It's a blueprint of some sort. It's filled with diagrams and text. Na gut, können wir nix mit anfangen. Oh, ein Telefon. It's a Telefon, better not use it. No, ich darf kein Telefon benutzen. Ah, hallo, Duda. Oh, okay, I don't really like this, but eliminate you, I must. Sprachfehler. Oh, wie süß, ein Radfranz. Feuerpunch. Tod. Zubart. Thunderschock. Tod. Alter, dreht mein Hund gerade wieder hinten am Rad? Was hast denn du schon wieder für Drogen genommen, Mensch? Spinst doch heute. Hund spasst heute schon den ganzen Tag ab, weil es nicht was der hat. Was willst du denn schon wieder von dir? Didn't I tell you that I was going to destroy Team Rocket? Tell me, who was the guy in the cape who used Dragon Pokemon? My Pokemon were no match at all. I don't care that I laugh. I can beat him by getting stronger Pokemon. It's what you say that bothers me. You told me that I don't love and trust my Pokemon enough. I'm furious that I lost with a bleeding heart like him. Hmph. Enough time. I don't have the time for the likes of you. Er hat mich geschubst. Find ich voll unsozial. It's a blueprint of some sort. Es wird... LOL. The door is closed. Cluster and the 2-password. The door opened. Not on. Wait there! We are not allowed to make another step. Yeah, that's right. We are not like any other Rocket Grunts you have made. You may have faced. Yeah, that's right. We are the most elite Rocket Grunts in Team Rocket. We are Jess and James. What the fuck? We are sorry to say this, but this is the end of your road. Yeah, that's right. Sind das Jesse und... Du verarschst mich doch jetzt grad eben. Das ist doch nicht Jesse und James, oder? Ah, ich verstehe schon. Jess und Je... Oh, Zelda-Hund. Der wollte Jesse und James einführen. Drum klingt dir ähnlich, aber der ist absichtlich weggelassen. Weil das ja das Original ist. Aber sie setzen Smogger und Retter ein. Wie die Original-Helden, ey. Das ist echt lustig. Aber hier gibt's ja keine Team Rocket, Jesse und James Sprites. Ey, das wär's eigentlich gewesen, wenn die hier aufgetaucht sind. Finde ich trotzdem, ist ne tolle Idee. Freu ich mich richtig, dass die da sind. Ich mein, die vermissen wir ja regelrecht in den Versionen hier. Weil sie ja gar nicht einen richtigen Auftritt haben. So, tschüss ihr beiden. Und Level 31. Oh no! Äh. Oh no, Jamie, we're defeated! Yes, that's right! Äh. Äh, okay, ich lau von der Leine weiter. What? Who are you? This is the officer for Leader, Giovanni. Since the Spending Team Rocket three years ago, he has been in training. Would you certainly be back? He will be back someday to assume command again. That's why we're standing guard. I won't let anyone disturb this place. Team Rocket executive, would like to battle. Dann bämsen wir den doch mal rum. Das ist der erste. Kofik, dem gebe ich jetzt einen Thunder Punch in die Fresse. Der ist auch tot. Und einem Ratigal gebe ich einen Feuer Punch mit. Und der, ja, ich hab doch die Bländer was anderes benutzt. Egal, der ist auch tot. Und das war's. Das Versteck hier ist so gut wie aufgeräumt. I couldn't do a thing. Giovanni, forgive me. No, I can't let this affect me. I have to inform the others. Failed. Merc, what is that? Ach, they're the Tauber. The password is Hail Giovanni. Oh my god. Heil Giovanni, Heil Giovanni, Heil Giovanni. What is that? Aha, there's an item. Teeth. Ach, that's a witch. Okay, understood. Good, now we have the generator password. Da geht's runter, oder? Ja. Und dann ging's hier irgendwo rauf. Da. Genau, wir sind so gut wie da. Geschafft. The door is closed. Crystal and the password. The door opened. Hold it right there. We can't have a brat like you to lose. It's harmful to Team Rocket's pride, you see. However strong you may be. You can't take both of us at the same time. Sorry baby, now get ready to be trashed. Was lustig ist, hier gibt's Doppelkämpfe. Also könnte ich dir eigentlich so platt machen. Hey, don't be so selfish. Spread the fun around. What? You didn't accomplish? Raise your sense of honor. As the interim boss in place of Giovanni, I'll show you how wrong it's to battle with Team Rocket. So, sie sitzt. Oh, die hat schon ein paar stärkere Pokémon. Die hat ein Arbok. Okay, dann hat nur noch einen Kaffee. Ich nehme zurück, er ist schwach. Warmtod. Oh, das wird herrlich. Feierpunch. One hit. Und ein... Moment. War das nicht von den Tauberst und kein Krambox? Ach egal. Boom. One hit. This harder is done for. But it's fine. The Broadcast Experiment was a total success. It doesn't matter what happens to this hideout now. We have much bigger plans. You'll come to appreciate Team Rocket's true power stone enough. Enjoy yourself while you can. Hu 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 hu. Leute, kam noch in Schrift. Ach egal. That did it. We'll feed all the rockets here. But I'm so... Con... 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 Cerned about the young guy I battled in the postfest. Sorry, Crystal. I say how well... I saw how well you were doing, so I just hung back. No, all there is left to do is to turn off that old radio signal. It's time... Nein. It's this machine that's causing all the problems. I don't see a switch in it. We have no choice. We have to make all the electrodes faint. That should stop this machine from transmitting the strange signal. It's no fault of the Pokemon, so it makes me feel guilty. Crystal, let's split the job. Leave this side to me. Gotcha. Das bedeutet, wir dürfen uns jetzt noch den Elektrobällen annehmen und ein nach dem anderen auf den Weg räumen, um das Elektro... äh, das Radiosignal zu stoppen. Das war der erste. Das ist Nummer 2. Und BÄM. Was, wenn ich ein Bällen dabei? Kann ich einen fangen? Naja, Superbälle werden nicht reichen. Ja, stirb. Ich brauche meine Abwehr wieder. Okay. Jawoll. Und einer ist noch übrig. Hey, ich sehe ihn da rumstehen. Okay, den schaffen wir auch noch. Woher jetzt noch Thunderwave? Oh, hätte ich mir sparen können. Und wir haben einen Elektroball. Sehr schön. Das war's. Jetzt kann ich mich hier frei durchbewegen. Das Odd-Signal ist finally stopped. Der Legge soll be back to normal. Du bist der Hero. Ich bin mir spankst du auf all den Pokémon. Oh, ja. Du solltest du diesen rare Pokémon. Ich fand es, weil ich war trainig, wenn ich ein bisschen jünger war. Klumpir? Was das denn? Es ist ein sehr interessanter Weg, der Wirlpool. Du kannst den Wirlpool auf den Wirlpool gete across Wild Water. Aber du kannst das in minden, dass du es aus der Battle-Gym- von der Battle-Gym- von der Battle-Gym- von der Battle-Gym- Crystal The journey becomes the Pokémon last is long and difficult. Knowing that, will you keep going? I see. No, you're right. If you would give up that easily, you would have never test that dream in the first place. I look forward to seeing you again. Was hat er mir da für ein Pokémon gegeben? Hab ich das dabei jetzt? Ne, ich glaube weniger. Ne, muss ich im Pokémon Center nach trauen. Bin super gespannt, was das ist. Könnte doch ein Pokémon sein. So wie ich ihn kenne. Leider lassen wir uns mal ins Pokémon Center gucken. Erstmal aufladen. So, die Arena werde ich denke ich mal zum mit Mio machen, weil da sind ziemlich viele Eis-Pokémon, die kann ich mit Lexwort hacken, weil da ist sie vielleicht verletzt. Ja. Ah, ein Perlu. Cool. Okay, das brauche ich dann hinterher. Wenn ich in Margonia City bin, sonst komme ich nicht weiter. Äh, in Ebenhold City. Alles klar, dann kümmern wir uns jetzt mal um die Arena. Dann kicke ich einfach mal alle weg, weil die so oder so im Weg stehen werden. Und dann, wenn ich die gleich von vornherein erledige, stören sie mich hinterher nicht mehr. Und die bringen EP ein, von daher. Kommt mir das sehr gelegen. Bei den Arena-Leiter-Pokémon muss ich vorsichtig stellen, weil der hat, glaube ich, auch noch einen Keifel und das ist immun gegen Elektrizität, da brauche ich Feuer oder so. Feuer oder Stahl, glaube ich, hat was gegen den gebracht. Dann kicke ich erstmal die alle weg. Ich meine, in Thunder Punch ist das relativ easy. Ich sehe alle One-Hits. Leider 34. Ich bin am One-Hit-Wonder. So. Sag mal, Maxi, verzieh dich von da. Du sitzt auf meinem Kabel. Hund? Alter, ich werde gleich übelst aggro. Warum kannst du nicht einfach mal still liegen, ohne irgendwas zu machen? Oh, ey, so liebe ich den Hund auch. Er geht mir manchmal richtig schön auf den Sack. Hä? Warum steht das denn noch? Ender. Ach so, ja, das verhindert, dass ich das One-Hit mache, oder? Ne, damit ich das umbringen kann. Ah, wieder aufs Spiel konzentrieren. Ey, der Hund macht mich voll aggro gerade. Verarsch ihn halt nicht noch, Robert, Mann. Schäme dich. Ist nicht lustig. Arme Hund hat auch keine Gefühle. Ne, überhaupt nicht. Was ist das für eine verfickte Scheiß-Arena? Ich habe nicht das böse Wort gesagt. Sag mal, was ist denn das von Fuck-Off, ey? Hallo? Geht denn das? Hä? What the fuck? Was ist denn das für eine Scheiße hier? Okay, hier entlang. Dann hier. Hier. Dich töten. Ey, die Arena hier ist gerade voll für den Arsch. Ich schneide überhaupt nicht, was ich machen muss. Egal, töte mir erstmal alle Pokémon. Das wird uns schon mal ein gutes Stück weiterbringen. Ein Außerriss und du bist tot. So, jetzt können wir uns mal in Ruhe umgucken. Okay. Wie geht's hier weiter? Da kann ich nichts machen. Damit hat das auch nichts zu tun. Das bringt mich auch nicht weiter, oder? Bringt mich das weiter? Ne. Hä? Wie läuft das? Moment mal, da. Das bringt nichts. Und wenn ich da laufe, da rauf. Da vielleicht? Ah, ich hab eine Idee. Äh, doch nicht, oder? Doch, hab ich. Dann da runter. Darüber. Darunter. Darüber. Darauf. Ja, also, ich hab's gefunden. Jetzt muss ich nur noch die da besiegen. Und die hat ein Rossana. Sollte an sich kein großes Problem sein, wenn sie nicht das behinderte Attacke könnte. Ah, komm, wach auf, Mensch. Mio, wach auf, danke. So, weg ist es. Gut, jetzt können wir zum Arena-Leiter zuwenden. Sollte an sich nicht viel schwerer werden. Darum speichern wir hier mal. Ups, I'm sorry. I'm really, really sorry. Ich wollte vorlesen, was er sagt. Pokémon have many experience in their lives, just like we do. I do have seen and suffered much in my life. Since I'm your elder, let me show you what I mean. I've been with Pokémon since before you were born. I do not lose easily. I prize the winter trainer, shall demonstrate my power. Und der Arena-Kampf gegen Leiter Norbert. Der uns das erste Mal ein, ja, schwaches Joop hingegen schickt. Und du setzt dich schon wieder auf mein Kabel. Ich werde gleich so aggro, Maxi. Im Ernst. Er ist nicht böse, er geht mir grad notierisch auf den Sack, weil er einfach nicht stillhocken kann. Soll ich bei dir auf dem Kabel sitzen, aber nicht auf meinem. Ich kann mich so nicht konzentrieren, ey. Ist mir doch scheißegal. So, meine Güte, jetzt geht's weiter. Gut, er hat jetzt noch einen Keifel. Da setzen wir Blaze ein, da haben einen Riesenvorteil. Denn das Fliege ist anfällig, immer Feuerattacken. Und damit ist es One-Hit. Und wir haben gewonnen. I'm impressed by your powers. With your strong will, you know. I know you will overcome all life's obstacles. You're worthy for this page. Glacier page. Bla 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 bla. Wir dürfen Würfe benutzen und bekommen Eissturm. Bla bla bla. Es zeigt uns die Gräusamkeit des Winters. Huh? Crystal, how are the things going? I called because something weird is happening with the radio broadcast. They were talking about Team Rocket. Crystal, do you know anything about it? Medellin Brock just returned. No. That just can't be true. Sorry to bug you. Take care. Jupp, wir müssen jetzt nach Ducatia City. Denn irgendwas scheint da mit dem Radio-Sorgenal nicht zu stimmen. Sollten wir das nicht mal untersuchen? Ja, sollten wir. Darum werden wir das mal tun. Können wir direkt hinfliegen? Na ja, genau. But the bird, the bird says no. Dennoch, wir können nicht fliegen, da Cell irgendwas mit der Karte falsch eingestellt hat. Deswegen können wir nicht fliegen. Also werden wir surfen. Wir müssen jetzt nach Ducatia City machen. Hätte er sich bei dir wieder auf den Schoß bald gemacht? Wie üblich. Er hat dich ja ganz doll lieb, da wette ich. Nicht, das ist aber ganz schön herzlos, dass du ihn nicht ganz doll lieb hast. Er ist auch ein ganz doll lieber. Ich weiß, aber er ist trotzdem ein ganz doll lieber. Oh, meine Fresse, komme ich hier nicht vom Fleck? Jetzt halt. So, kann ich zerschneiden? Nein. Jetzt kann ich Headbutt machen, oder wie? Das ist ein Verarsche. Hier geht's nicht mit den Bäumen. Ach, da gehen nicht alle Bäume. Ich verstehe. Huh? Ich wünsche dir, dass du dich gehst. Boah, willst du mich verarschen? Ich darf hier nicht durch. Ey, du kannst mich mal. Ich darf hier nicht... Lol. Ich komme nicht nach... Oh, Schnitt. Bis wir in Ducatia City sind. So, jetzt sind wir endlich wieder in Ducatia City. Irgendwie wollten die Homo-Fürsten, der verdammt ist, mich da nicht durchlassen. Darum habe ich mir jetzt... Ähm... Ratz-Fatz mal ein Zerschneider-Pokémon geholt, damit ich da durch kann. So, und jetzt sehen wir, dass hier der Durchgang von dem Rocket blockiert wird. Irgendwas scheint im Radioturm vor sich zu gehen. So, das ist die Radio-Tower. Was willst du, du Pest? Scram! Geh auf die Radio-Tower. What? Das ist kein von dir's-Business. Wir haben es gehört, sie wollen eine Radioturm übernehmen. Oh, mein Gott, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Wie wär's damit? Wir gehen in der nächsten Folge in den Radioturm rein und kicken ihre Ärsche aus. Von daher würde ich sagen... Riato klingt sich aus. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Pokémon Shiny Gold. Bis dann. Ciao.